Eigentlich ist es ja schon fast wieder mustergültig, was der Kurs hier aktuell tut. Wenn wir uns das mal anschauen, der Markt im Groben hier, ja im Groben immer noch in der Korrektur, vielleicht in der Pause dieser Korrektur, denn wir sehen das hier zum Beispiel im S&P 500, da sind wir ja aktuell hier auf der, sagen wir mal, durchaus dynamischen Aufwärtsseite, wackele ich jetzt nach unten, wäre jetzt sogar Hardcore-mäßig im ganz kurzfristigen Chart, ein bisschen fürs Auge, dann machen wir ein bisschen Augentraining hier. Wir haben sowas wie eine 1, 2, 3, 4, 5, anschließend eine A, B, C, runter und anschließend sollte sich, wenn der Markt dann das letzte Zwischenhof durchstößt oder seine alte Richtung wieder aufnehmen, das, was wir vorne haben, nochmal passieren. Offensichtlich hat das mehrheitlich hier geschafft, wenn es richtig gezeichnet hätte, dann wäre es wahrscheinlich sogar ziemlich pünktlich gewesen. Also wir sehen, selbst im Kleinen trifft das immer wieder zu und hier fängt ja schon der nächste Gehänge wieder an. Dann denkt da dran, in so einem Fall einen Trigger hier für die Long-Seite einfach mal mit ins Kalkül zu ziehen, um hier reinzugehen. Das ist natürlich zu kurzfristig, um das jetzt hier als Trade in Schriftform zu bringen, aber für euch einfach eine regelmäßige Übung. Achtet auf genau solch ein Verhalten und dann werdet ihr feststellen, denn das passiert regelmäßig und bietet viele, viele Trading-Chancen auf der Zeitebene, die ihr euch hier in dieser ganz kleinen Ebene ist, was ich jetzt hier gerade gesagt habe oder ob das hier in der nächstgrößeren Ebene hier ist oder hier in der mittleren Ebene hier oder in dieser Ebene. Die Fortsetzung, Entschuldigung, ist natürlich immer wieder in die ursprüngliche Trendrichtung. So, das sind alle Gamellen. Womit haben wir jetzt hier zu rechnen? Idealerweise, das, was ich mir jetzt am ehesten vorstellen würde, wäre, dass wir diese Aufwärtsbewegung unterbrochen von der Korrektur, diese Aufwärtsbewegung unterbrochen von der Korrektur jetzt noch mal einmal fortsetzen. Aber wer bis 5 zählen kann, und das ist nicht despektierlich gemeint, der weiß, dass nach 5 nicht nur die Finger ausgehen, sondern auch die Wellen nach Elliot wellen und dementsprechend eigentlich erst mal wieder eine Korrektur kommen sollte. Also irgendwie wird das hier im Kleinen. Ihr erinnert euch, ich habe es von einer Minute gezeichnet. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt eine Korrektur und danach die Fortsetzung. Und ziemlich exakt, was wir hier im Kleinen hatten, dass es Geschichte ist, das, was ich mir hier extrem gut vorstellen kann, dass wir nach diesen 5 Wellen nach oben diese ABC bekommen und anschließend, ich zoome das mal ein bisschen raus hier, quasi die nächste Fortsetzung nach oben. Die muss noch nicht notwendigerweise hier für richtig neuen Spaß an der Börse sorgen, mit richtig neuen Hochs. Kann also sein, dass ein bisschen tiefer alles hier noch ist, als ich das jetzt hier gezeichnet habe. Aber würde zumindest meine Chance uns eröffnen, dass wir irgendwie jetzt so unterwegs sein werden und anschließend vielleicht dann tatsächlich noch mal eine Fortsetzung. Aber ich möchte unbedingt eine Alternative auch noch mal eben dran bringen, denn es ist ja nicht gesagt, dass es genau so passieren muss. Eine echte Alternative wäre aus meiner Sicht, dass wir nach diesem tatsächlich ja dreiwelligen Rücksetzer hier jetzt einen dreiwelligen Anstieg erst noch mal bekommen, der sogar noch mal ein neues Hoch hier bringt. Das wäre sehr, sehr typisch. Und dann als nächstes, und wir werden sehen, wann das passiert, vielleicht vor der Wahl noch, vielleicht nach der Wahl. Es wird so spannend noch bleiben. Dann hier den deutlichen Rücksetzer, der uns dann hier tatsächlich noch mal hinbringt. Denn eigentlich ist das, was wir hier als Tief haben, für eine echte Korrektur nicht unmöglich, aber eigentlich noch zu klein. Wer jetzt sagt, so eine komische Korrektur habe ich ja noch nie gesehen, der achte mal auf das, was wir hier hatten. Beim Dow hatten wir das noch deutlicher. Wir hatten eine ABC runter, eine ABC hoch und so eine Abwärtsbewegung. Viele von euch kennen das. Wir betiteln das als eine Flat-Korrektur. Das ist im Prinzip nichts anderes als, machen wir das in die richtige Richtung, ABC runter, ABC hoch und danach noch mal den Tief. Einmal kurz Augen zu, einmal kurz Augen auf. Das ist ABC runter, ABC hoch und das runter. So, das Doofe ist, wir wissen, dass zum heutigen Zeitpunkt nicht kommt, dieses Überschießen noch oder dreht der Markt schon vorher. Deshalb kann ich aktuell eigentlich nur dazu raten, auf den kleineren Ebenen seine Positionierung eben zu suchen und zu sagen, okay, solange wir solche Kursverhaltensmuster haben, gehen wir rein. Auf welcher Zeit eben auch immer. Also, sprich, haben wir irgendwann wieder mal so eine Korrektur oder ersatzweise, wenn sie nicht so aussieht, eben irgendwie sowas. Also, was klar korrektiv anmuten ist, dann haben wir eine Chance, wieder reinzugehen. So ähnlich, wie wir das hier hatten, da hat es dann auch mehrmals so hin und her gewackelt. Beispielsweise, solche Szenarien sind ja jetzt nicht ganz selten und wir haben ja häufig schon drüber gesprochen. Es ist also weiterhin spannend. Wir dürfen nicht vergessen, es sind wichtige Termine noch vor uns. Gestern hatten wir jetzt das erste TV-Duell. Jetzt am Freitag kamen wir die US-Arbeitsmarktdaten. Das sind viele, viele Situationen, die uns jetzt noch eine Menge Volatilität eben bringen können. Wir können möglicherweise eine Menge Spaß damit noch haben, deshalb meine Einladung an euch. Achtet ein bisschen da drauf. Aber, wer nicht so gerne alleine darauf achtet, der ist auch eingeladen, bei Born for Trading mitzumachen. Es wird hier ein Link unten drunter sein, sodass ich euch auch innerhalb des Tages hin und wieder mal was aufs Smartphone schicken kann. Wenn ich eine tolle Situation sehe, wo ihr sagt, ha, das könnte ich doch vielleicht auch umsetzen, dann gebe ich euch den Tipp dann extrem gerne weiter. Deshalb meine Hinweise. Meldet euch an, es kostet ja nichts und ihr habt die Möglichkeit, dann auf Intraday von mir Informationen zu bekommen und natürlich der Trade des Tages, wo wir immer wieder, sofern wir irgendwo eine klasse Situation sehen und darüber berichten können, dann eben unsere ganz konkreten Handelsmarken auch vorstellen. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Merken. Was anderes fällt mir gar nicht ein. Es macht so viel Laune, im Moment drauf zu gucken. Ich gönne es euch genauso und deshalb ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.